Hallo Leute, ich bin wieder in der Nachhinein zu singen und ich bin weiter bei YouTube live, oh mein Gott ist das Sound laut. Ich muss ein neiserer, fortsetzen. Okay. Und fertig, da sind wir wieder. Ich habe gekocht, so das Rezept, was ich in der letzten Folge nicht fertig aufgenommen habe. Das ist er hier. Ja, fertig. Also das habe ich fertig gemacht. Dann habe ich jetzt eine kleine Nachhinein. Finde es blöd, dass man jedes Monatende Prüfung hat. Oh, der Monat dann viel länger. Ja, das war dann, ja. Okay, dann ist mein erstes Video. Schnitzel mit Pfeffer. Genau. Na, wir sind Schnitzel mit Pfeffer. Und sind schon besonders gut gefragt. Genau. Kochtes Schnitzel mit Pfeffer. Bin ich in der Begrüßung. Genau. Aufdrehen und warten. Vorsicht. Ja. Na, was da glaube ich? So. André, kommst du aus von der Hand. So, ich bin einfach morgens. So, ich bin mit. So, ich bin mit. Also, ich bin mit. So, ich bin mit. Oh. Ich muss einfach mit den ganzen Klamotten ins Bett legen. Okay, jetzt können wir sicher wieder schimpfen von unserer Mutter. Nicht ausgewusst. Gut, jetzt können wir arbeiten gehen. Zeitung. Perfekt. Coole Größe. Genau. Und dann? Ich habe schon so viele Abonnenten. Ich habe 71 Abonnenten in einem Video. Wenn es den nächsten mal so wäre, das wäre richtig gut. Ohne Kopf. Immer mal Farbe geordnen. Und Mühe. Ich habe schon ein Video im Sitter. Aha. Alle Buchte. Meist gesehen. Und da außen auf dem Ufer. Mal aufs YouTube. Mal aufs YouTube. Aha. Ich habe einen Film ansehen. Der Sießgeselle. Kontakte. Lade ich mal ein. Da kommt er schon. Vor allem immer richtig schnell. Das kann dir nicht helfen. Okay. Ja, Lannus. Bla, bla, bla. Was? Sonja? Ja, so. Ja, Lannus. Bla, 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 bla. Dann was für das denn? Ciao, ciao. Bis demnächst mal. Rezept. Und dann... Ich stelle dir ein Rezept für vegetabel. Für vegetabel ist kein Fleisch. Fleisch passt da nicht. Könnt ihr nicht nur Zwiebel machen. Das mache ich mal ein. Fleisch mit Champignons. Es geht aber. Drei Sterne Rezept. Nächstes von Kohlegrill. Nächstes von Kohlegrill. Nächstes von Kohlegrill. Perfekt. Dann... Jetzt gehen wir mal... Fisch. Dann gehen wir mal ein Fisch. Dann gehen wir mal ein Fisch. Dann gehen wir mal ein Fisch. Ich probiere meine Untersehle. Ich mache schon mal Schnitzel. Ich koche dir mit Schnitzel mit. Richtig mal ein Rezept. Machen wir euch mal ein Fisch. 我很ANK, beep, da war eine ein Fisch. Dass ich Pan Gray erwarte. Ja, ist einfach. Moment. Ich wollte Ihnen erzählen heute über das Cooking Gadget. Ich habe mir einen Sacklaufen. Das kostet zu viel. Ich arbeite mit Zeit und Zeit. Das stimmt. Aber, weil ich hier nur meinen anderen ist, nicht so anderen. Also, aktiv. Du kannst bewerben. Du kannst weiter sagen... Du kannst vorentschlagen und danach, Bloß durchfassen. Oh! 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 Wenn du es leckst in den Video, hat sich in der Regel recht so. Jetzt essen wir wirklich Sahne. Und lässt du nur was drauf hören. So, so. Okay. Leute? Ich hoffe, es hat euch die heutige Woche gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.